Schniefen der Nase, Husten, Kratzen im Hals. Die Erkältungen sind wieder auf dem Vormarsch. Der Grund dafür ist einfach. In den Nächten ist es eisig kalt. Da ist dick einpacken und kuscheln angesagt. Nach Auflösung von Nebelfeldern wird es am Dienstag im Tagesverlauf immer freundlicher und sonniger. Am frühen Morgen kann es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt örtlich Frost geben. Am Nachmittag steigen die Werte bis auf 11 Grad. Die Nacht auf Mittwoch ist wechselnd bewölkt bei Werten um den Gefrierpunkt. Teils trübe, teils freundlich, so präsentiert sich das Wetter die kommenden Tage. Es bleibt herbstlich. Regen gibt es aber keinen. Dafür Nebel und Hochnebel und in den Nächten immer wieder Frost. Tagsüber sind Temperaturen erreichbar, die am Freitag bis auf 17 Grad steigen.